Taka zählt auf uns. Ich mag ihn ja, aber das ist zu gefährlich. Das klappt nie. Doch, es wird klappen. Ist das der Samurai? Für euch bin ich Fürst Sakai. Vergebt mir, mein Herr. Ich bin Kenji. Aufrechter Händler. Berühmter Sake-Brauer. Und bester Schwindler der Insel. Genau darum wird er uns helfen, meinen Bruder aus der Asamo-Bucht zu retten. Die Stadt ist eine Festung. Wenn die Mongolen sie haben, brauchen wir eine ganze Armee, um hinein zu gelangen. Oder eine kleine Lieferung mit Sake. Tja, das klappt niemals. Macht den Sake bereit. Wir besprechen den Plan unterwegs. Trinken wir doch erst was. Reden in Ruhe. Hm? Jetzt, Kenji. Wenn wir näher an der Stadt sind, versteckt euch im Wagen mit dem Sake. Durchsuchen die Mongolen hier nicht? Nicht mehr. Ich verkaufe ihnen immer diese Sake-Lieferung. Sie lieben mein Das. Das. Das! Muglu! Gebt das jetzt! Ihr macht also Geschäfte mit dem Feind! Ich fülle die Mongolen ab und behalte dafür meinen Kopf. Bereit? Möchtet ihr das wirklich durchziehen? Alles für Taka. Wie schlimm sieht es in der Asamo-Bucht aus? Ein paar Leute wehrten sich. Die Überlebenden sind Gefangene. Oder Sklaven. Aber Taka hast du nicht gesehen? Nein. Aber jemand arbeitet seit ein paar Tagen in der Schmiede. Vielleicht er dein Bruder. Wie lange kennt ihr beiden euch schon? Ewig. Ich war jung und unbedarft. Ich fing gerade an, Sake zu brauen. Hab Juna den ersten verkauft. Ha! Hat geschmeckt wie Pisse. Aber war billig. Eine Weile wollte ich, dass Taka mir beim Verkauf hilft. Aber er ist zu gutmütig. Kaum drückt wer auf die Tränendrüse, rückt er Sake raus. Kostenlos. Mongolen. Mist. Ihr beide steigt besser in den Wagen. Sind nicht viele. Ich schaff das schon. Nein, Jin. Taka ist so nah. Bitte. Also gut. Seid bereit. Sie könnten in den Wagen schauen. Ihr meintet, das tun sie nicht. Beim Stadttor. Ich habe sie noch nie so weit draußen gesehen. Meine Hände. Bitte. Die Chitay-Bold. Hey. Das. Das für die Asamo-Bucht. Das. Beheilung. Nur noch ein Stück hier. Was war das für ein Geschrei? Ist nicht wichtig. Bleib unten. Macht Taka das auch durch? Dein Bruder ist gelernter Schmied. Ihn werden sie nicht so behandeln. Das weißt du nicht. Cut. Ich helfe. Bitte. Irgendwer. Wir sind bald da. Leise. Wir sind bald da. Wir sind bald da. Wir sind bald da. Das hat wirklich geklappt. Oh nein, da hat jemand die Mongolen verärgert. Die halbe Stadt ist niedergebrannt. Höh! Der hat das Sagen. Ein Sklavenhändler. Bastard. Er begutortet die Gefangenen wie Pferde. Vielleicht führt er uns zu Taka. Folge ihm. Ich kann das nicht. 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 Taka geht es bestimmt gut. Er würde nicht fliehen. Ich frage ihn. Ich bin kein Sklave. Ich bin kein Sklave. Ich bin kein Sklave. Ich bin kein Sagen. Ich bin kein Sklave. Ich bin ein Sklave. Ich bin ein Faktist. Ich bin ein Faktist. Ich bin ein Faktist. Was ist das? Was ist denn los? Euer Schmied Taka. Er arbeitet schlampig. Ich glaube, er sabotiert euch. Ich wusste es. Taka ist hier. Er ist mein einziger Schmied. Ich bin auch Schmied. Und ich bin viel besser als er. Ich hab kein Essen für zwei. Ich werde ihn los. Aber ihr müsst zeigen, was ihr könnt. Dieses Schwein. Er wird Taka töten. Der Markt ist voller Mongolen. Da ist der Sklavenhändler. Wenn er vor uns bei Taka ist. Bleib bei mir, Yuna. Ich finde einen Weg. Ich bin der Fall. Ich glaube, es ist das für dich. Ich bin der richtige Schmied. Oh no. Ich brauche eine Pause. Da ist Taka. Bitte. Yuna. Taka. Was haben sie getan? Du bist sicher. Wir müssen weg. Unmöglich. Sie schnappen uns, wie die anderen. Das ist Fürst Sakai. Er beschützt uns. Ihr müsst mir vertrauen, Taka. Ihr müsst uns helfen. Jawohl, mein Herr. In der Nähe ist ein Tor. Dann brechen wir dort aus. Sie haben den Sklavenhändler. Die töten uns. Verstecken! Nein, weiter! Wir können auf die Kisten klettern. Wohin gehen wir? Kenji erwartet uns an einer Kreuzung. Kenji ist bei euch? Wenn er es raus geschafft hat. bis 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 in bis 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 bis. Wer stellt sich mir zuerst? Wer stellt sich mir zu, was ich? Ja! Geh! 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 Oh Ah Pferde sie kommen uns holen geht ins hohe gras und bleibt unten das ist kenji du hast es geschafft wurde die verfolgt nein aber wir können nicht zurück zu mir da sind die mongolen wir sollten gehen wir müssen möglichst weit weg von der asamur bucht heute noch kein mongolen gesehen wir haben es geschafft wo gehen wir als nächstes hin dort ist ein aussichtspunkt mit blick auf ganz isohar jetzt allen gut ich könnte einen schluck vertragen und schlaf bei einem davon kann ich helfen ihr seid so still zum ersten mal seit tagen fühle ich mich nicht dem tode nahe mein herr ich bin dankbar aber woher kennt ihr kenji und meine schwester ich verdanke juna mein leben da haben wir etwas gemeinsam ich bin nicht sonderlich sattelfest komatsu ist hinter dem grab da sie haben eine schmiede eine der besten der insel da könnte man werkzeug herstellen etwas was jinn über die mauern von burg kaneda hilft was meinst du tucker mein herr ich würde mich mit allem bedanken da ihr mich befreit habt danke tucker kenji ruht euch aus wir bleiben nicht lange wie geht es dir ich habe mein bruder zurück er ist mitgenommen kannst du ihn heilen nach kummer zu bringen mit essen und ruhe wird er wieder dein bruder war nicht der einzige gefangen in der asamo bucht du willst sie alle retten und ihre fänger bestrafen gut breite zu komatsu schmiede ich komme sobald ich kann djinn danke